Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, jetzt ist hier noch ein Baum gewachsen. Den holzen wir natürlich auch gleich ab und immer in der Hoffnung, dass der irgendwas zu essen fallen lässt. Wobei unser Getreide ja nun auch wachsen sollte und wir haben ja recht viel angebaut. Wenn wir das jetzt einmal irgendwie im Laufen haben, dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Ja, irgendwann hat sich das Hungerproblem ja sowieso erledigt. So, aber hier gibt es im Moment nichts für mich zu essen. Vielleicht kann ich ein paar Blätter knabbern. So ein bisschen Hunger habe ich ja schon, ne? Verdammt. Aber es kommen nur Setzlinge raus, Setzlinge und Stücke. Gut, dann gleich wieder anpflanzen, ne? Ich würde jetzt auch mal hier einen hin machen und da einen hin machen. Und langsam haben wir ja ein bisschen mehr Platz, ne? Um was anzupflanzen. Gut. So, dann geht es wieder nach unten. Leitern haben wir dabei, ein paar Stücke auch. Halt, warte mal. Grünzeug habe ich doch da drin. An das Eisen komme ich noch nicht ran. Nein, erst am nächsten Tag. Okay. Aber immerhin schon mal die Aussicht auf ein bisschen Eisen, ne? Auch wenn es nur zwei Stück sind, am Meer kommen wir nicht ran. Auch wenn da vielleicht das eine oder andere noch dahinter ist, kommen wir da momentan ja nicht ran. Oh, Kohle. Aber Kohle brauchen wir gar nicht so dringend. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück. Und hier verbirgt sich noch ein bisschen Eisen. So, schön die Kohle rausbuddeln. So. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so Löcher hier reinmachen. Ich wollte das eigentlich Schicht für Schicht schön abtragen. Naja, jetzt haben wir doch ein Loch hier drin. Macht aber nichts. Bei so viel Kohle lohnt sich das. So, okay. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da muss ich auch noch buddeln. Ja, das reicht so. Da mache ich jetzt einfach Erde hin. Dann kann da nämlich nichts mehr spawnen. Spawn. Und Leiton. Gut, super. So, dann schauen wir mal weiter. Und immer, ne, mit der Hoffnung. Immer mit der Hoffnung, dass Eisen irgendwo auftaucht. Mache ich das Ganze jetzt einfach zweitief. Erstmal. Und dann natürlich die Fackeln. Nehmen wir immer tiefer mit. Da müssen wir darauf achten, dass wir die immer mitnehmen. Und dann auch immer schön tief setzen dann. Ja, damit oben eben die Monsters spawnen können. Und wir wollen ja erreichen, dass die uns quasi jetzt hier anfangen, auf den Kopf zu fallen. Gerne sofort kaputt gehen dabei. Und Knochen hinterlassen. Also Skelette wären toll. Wären wirklich super. So, ja, schauen wir mal. Noch geht es mit dem Hunger, ja. So, die nehmen wir wieder weg. Und setzen die hier unten ran. Und schon ist es da oben wieder ein ganz bisschen dunkler. So. Ich bin wirklich gespannt, ob das irgendwann funktioniert, dass die uns auf den Kopf fallen. Aber es sollte eigentlich, ne. Also wenn wir oben sind, haben die, äh, dann sind die hier unten ja gespawnt wie blöd, ne. Also von dem her sollte das eigentlich vom, also von der Entfernung dann irgendwann reichen. So. Ach, die Haken sind gleich schon wieder kaputt. Das heißt, wir müssen schon wieder nach oben. Ich würde hier gerne noch zumachen. Genau. Knack. So, das war die erste. Also ich höre hier irgendwo Lava. Aber das hatten wir ja schon, äh, festgestellt, ne. Dass hier irgendwo Lava sein muss. So. Wie weit geht das jetzt bis hierher anscheinend? Da machen wir doch hier mal das Loch zu. Äh. Ah, es blubbert hier ganz anständig irgendwo. Ja. Okay. So. Dann jetzt erstmal nach oben und, ähm, wieder Hacken machen. So. Dann machen wir uns mal ein paar Hacken. Spitzhacken. Jetzt musste ich mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel passiert, weil ich habe einfach so, äh, stehen lassen, ne. Bei mir hat nämlich das Telefon geklingelt. Und da musste ich mal schnell ran. Ähm, okay. Uh, jetzt muss ich überlegen, was, was wollte ich denn machen? Ach, Spitzhacken. Genau. So. Dann machen wir uns einfach mal Spitzhacken. Ich mache mal, ja, gleich zwei Stück erstmal. Obwohl, komm, machen wir gleich drei. Jetzt gucken wir mal eben nach oben, ob sich da irgendwas getan hat. Oh, guckt mal. Da hat sich aber viel getan. Dann fällen wir erstmal die Bäume. Und, ähm, am nächsten Morgen sollte dann jetzt eigentlich auch unser Eisen da erreichbar sein, ne. Da schauen wir dann gleich mal. Äh, so. Okay. Gut. Ah, nen Apfel, guckt mal. Yay! Iiii, Apfel. Ein Apfel. Ach, schon wieder Regen. Es regnet aber oft. So. Also, ein Apfel ist ja schon mal gut. Dann bräuchte ich jetzt tatsächlich noch einen Setzling, bitte. Danke. Dann bräuchte ich noch einen Apfel, bitte. Ja, das war klar, dass das nicht funktioniert. Hä, 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 hä. Äh, ja. Okay. So. Setzlinge haben wir wieder genug stehen. Und Getreide können wir dann, ähm, jetzt eigentlich auch, glaub ich, ernten, ne. So, so, schauen wir mal. Ja. Drei Stück. Das heißt, wir können uns ein Brot machen. Ja, das ist doch ganz, ganz wunderbar. Gut, ähm. So. So, ähm, irgendwie ist gerade hier der Wurm in dieser Aufnahme drin. Jetzt musste ich schon wieder pausieren. So, aber jetzt, ähm, hoffe ich, dass wir nicht mehr gestört werden. So, ähm, genau. Ein Brot können wir machen. Ja, dieser Baum ist schon wieder gewachsen. Das ging recht fix. Ich würde da auch gleich wieder ein Setzling hinstellen und, ähm, das Ganze jetzt so ein bisschen vor sich hin, äh, dies bauen lassen. Getreide haben wir alles, was wir an, äh, Samen hatten, haben wir jetzt, ähm, angepflanzt. Ein Brot machen wir uns. Das würde ich aber noch nicht essen. Das, ähm, behalte ich mal so ein bisschen für, ja, für den Notfall, wenn wir es dann tatsächlich brauchen. Jetzt gehen wir uns erst mal das Eisen hier holen. Das war da. Ach, kommen wir noch gar nicht dran? Ach, ich ja, nee, am nächsten Morgen hatte ich ja auch gesagt, Blödsinn. Klar, natürlich, ist ja noch gar nicht so weit. So, ähm, gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier, müssten wir eigentlich auch noch mal irgendwie ein bisschen Licht reinkriegen, aber es ist schon schwierig. Am Ende dann vielleicht ganz unten. Hm, gucken wir mal. So, also gespawnt ist hier an Viechern ja auch so überhaupt nichts. Aber ist ja auch klar, wenn wir oben sind, sind wir ja auch viel zu nah an den Spawnplattformen dran. Also würden die ja eher spawnen, wenn wir hier unten sind, ne? So, wir haben noch eine Reihe hier. Also es blubbert ganz anständig. Ich denke mal, dass hier so zur rechten Seite raus entweder Lava ist oder direkt unter uns. Es hört sich aber so an, als wenn das so hier hinter dieser Wand wäre. So, jetzt aber. Jetzt können wir an unser Eisen ran. Aber jetzt würde ich erstmal hier unten gerne noch einen Augenblick weitermachen. Dass wir hier, genau, das auf jeden Fall noch wegkriegen. Und diese Fackel nehme ich da auch weg und dann machen wir die da hin. Die nehmen wir da oben weg und machen die mal da hin. Ich glaube, das reicht dann von der Helligkeit her. Wenn sich mal ein Monster hier hin verirrt, ist das ja auch okay für uns. Also das ist schon in Ordnung. Also hier blubbert es ganz anständig. Ich denke, dass da die Lava ist. Oh, Eisen! Oh, guckt mal! Ach, wie cool! Eisen! Habe ich da gerade ein Monster gehört? Nein? Ach, vielleicht Wunschdenken. Ich würde hier gleich zwei Fackeln mal einsammeln. Ich glaube, so ein bisschen, ein bisschen was darf hier schon spawnen. So zwei, drei Monster. Nur nicht so viele. Ah, das blubbert. So, da machen wir wieder alles schön. Ja, ich weiß nicht, welche Fackeln nehmen wir mit. Die seitlichen oder die länglichen? Ich glaube, wir nehmen die weg. Also ein bisschen Eisen haben wir vier Stück jetzt. Oben können wir noch zwei holen. Dann sind wir bei sechs. Also sechs ist schon okay. Da kann man sich schon wieder ein bisschen was draus machen. Wir haben ja noch, einen haben wir ja auch noch oben in der Kiste liegen. Und dann passt das, denke ich, ganz, ganz gut. Dann können wir uns ein neues Rüstungsteil machen. Ah, zack. Okay, so. Jetzt haben wir wieder ein paar Blöcke nach unten geschafft. Ich hoffe ja, dass das jetzt hier demnächst so ein bisschen anläuft und das Ganze auch ein wenig schneller und somit auch ein bisschen spannender wird. Dass man eben dann, wenn man schlafen kann, dann überspringen wir ja schon mal einen Großteil der Zeit, die wir eigentlich damit verbringen, zu warten, dass die Welt oben größer wird, damit wir irgendwas tun können. So, jetzt holen wir aber erst mal das Eisen. Okay, also da ist noch mehr Aussicht auf Eisen, aber da müssen wir jetzt zwei Tage für warten. Das ist natürlich schon ein bisschen lang. Ach, warte mal. Ofen. Eisen erst mal in den Ofen. Habe ich denn da? Ich hole. Ich glaube, da mache ich mal zwei rein. Dann kann ich hier unten noch einen reinwerfen. Eins haben wir. Dann gucken wir nochmal eben schnell hier oben. Dann noch irgendwas liegt, was wir gebrauchen können. Und dann den hier noch weg. So. Gut. Gott, habe ich mich geschraubt. Ja. Ja. Oh Mann. Hallo. Nicht weglaufen. Bleib hier. Stopp, 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 stopp. Ich kann sowieso nicht mit dir handeln, aber bleib doch mal hier. Ich will mit dir reden. Hallo. Hallo. Boah. Boah, habe ich mich erschrocken. Okay, der hat sowieso nichts, was wir brauchen. Aber, hey. Schön, dich zu sehen. Das ist so einsam hier. Elfriede ist tot. Und, ja. Es ist, äh, überhaupt... Die Monster wollen nicht so, wie ich will. Ja, und, äh, das ist nicht so toll hier. Ja. Bleibst du jetzt hier? Ja, bleibst du in der Gegend? Finde ich nett. Finde ich voll sozial. Okay. Äh, Mann, habe ich mich erschrocken, ey. Okay. Gut. Mit dem können wir leider nichts anfangen. Also, noch nicht. Vielleicht irgendwann. Im Moment ja so gar nichts. Aber, naja. Wir hoffen mal. So, vielleicht haben wir ja in der Nähe ein Dorf oder so. Wer weiß, ne? Ich weiß ja nun so gar noch nichts, überhaupt nichts, was hier irgendwo in der Nähe sein könnte. Den Berg würde ich ganz gerne, ähm, abtragen. Denn das, was ich bauen möchte, würde ich ganz gerne, äh, eben bauen. Das wäre auch, glaube ich, das Schlauste, ne? Weil so hat man immer ein bisschen was zu tun, kann das Ganze wegmachen, ne? Ja, finde ich auch. Und so, hier oben würde ich gerne noch ein bisschen Licht integrieren. Das hatten wir ja eigentlich auch schon, ach, schon seit längerem gesagt, ne? Dass wir das so machen wollen. Huch, was mache ich denn? So, und, ähm, das würde ich jetzt gerne mal machen. Allerdings ja erst mal mit Fackeln und dann später eben mit, ähm, anderen Dingen. Ne Schaufel hätte ich auch gerne. Weil dann kann man jetzt, äh, mal ein bisschen draußen was machen. Oh, was hier so schön regnet jetzt. Ach, Stöcker, ja, nee. Das ist nicht das, was ich mir hier erhoffe. Aber ich fürchte, Äpfel kriegen wir so schnell nicht. Okay, ähm, ja, dann nehmen wir doch hier schon mal ein bisschen was weg vom Berg. So, das können wir auch noch wegnehmen. Ja, das ist doch super. Also, ähm, ja, wir bräuchten jetzt eigentlich ein bisschen, ähm, Sand noch. Sand ist so eine Herausforderung noch. Alles andere hätten wir jetzt dann, um, äh, mit dem, äh, Ponypark anzufangen. Ich würde dann eigentlich, ähm, ja, ich würde eigentlich ganz gerne Eichenholz hauptsächlich nehmen für die Hütten. Das fände ich ganz, ganz gut. Gut, ich denke, das passt so schön zu, ja, so, so ein bisschen, äh, Country-mäßig. So ein bisschen Wilder-Westen-mäßig passt das, glaube ich, ganz gut, die Holzart. So, haben wir hier nochmal eben schauen. Nicht, dass wir da irgendwas liegen lassen. Das wäre wirklich ärgerlich, wenn man da irgendwie den Apfel oder sowas liegen lässt. Aber jetzt haben wir wirklich viel, viel Platz, um, um Bäume anzupflanzen, ne? Also, da haben wir, ähm, dann doch genug. Und, kaputt, habe ich eine zweite gemacht? Ne, ich habe natürlich nur eine gemacht, war ja klar. Aber, ja, also, die, der scheint jetzt, äh, zu bleiben. Ja, äh, ähm, okay. Ich mache da mal zu, wenn er jetzt hier rumläuft. Genau, ach, das Licht wollte ich ja noch machen hier, ne? Und, ähm, eine Falltür. Und hier machen wir auch noch Falltüren hin. Das machen wir noch eben fertig. Also, ähm, das geht ja gar nicht wirklich, ne? Wenn wir, da müssten wir die ja hier so drüber packen. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte die eigentlich tiefer machen. Ähm, ähm, ja, das ist jetzt natürlich mit Fackeln, ist das schwierig. Kann man da Lava reinfüllen? So wie Wasser? Ha, das könnte doch vielleicht gehen. Äh, daneben. Das müsste man ausprobieren, ob das funktioniert. Muss ich natürlich, äh, die Game Rule umstellen, ne? Feiertig. Nicht, dass wir hier, ähm, dass uns die ganze Welt abfackelt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, dann mache ich mal zu. Nicht, dass uns der Händler hier auf den Kopf fällt. Das wollen wir ja nicht. Ach, ich glaube, es sind die Lamas, die so komische Geräusche machen. Okay, so, ich würde jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten, ja, schauen wir dann mal weiter, dass wir so ein bisschen wieder oben buddeln und unten buddeln. Also, ganz viel buddeln und dann, ähm, ja, mal schauen, dass wir irgendwann mit dem Pony Park beginnen können. Also dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.